Heute zeigen wir euch, wie ihr diesen leckeren Peanut Butter Lubicino zubereitet. Als allererstes brühen wir uns einen Lubicino auf. Auf einem Löffel mit gemahlenen Lubicino-Pulver kommen 100 ml heißes Wasser. Der läuft jetzt erstmal durch. Im zweiten Step erwärmen wir Milch in einen Milchaufschäumer. Es geht aber auch genauso gut in der Mikrowelle. Sobald die Milch warm ist, füllen wir sie um in ein bisschen höheres Gefäß. In so ein Milchkännchen geht aber auch genauso gut in ein Glas. Danach folgt schon unsere Hauptzutat, nämlich das Erdnussmus. Achtet unbedingt darauf, dass es cremiges ist. Wir schäumen beide Komponenten ein bisschen auf und vermischen es gut. Dann kommt das Ganze in ein Glas. Und zu guter Letzt füllen wir noch langsam den Lubicino auf. Und schaut jetzt mal bitte, was das für eine tolle Farbe ist. Es ist so lecker und so cremig.